hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft new age nein wir sind doch hier Ossis Marvel mitgebracht wir sind doch hier in Varro 2 ich dachte Varro 15 ach ja stimmt das habe ich falsch ok ja nein stopp hallo ich werde jetzt Ossi jeden Block einzeln geben läuft bei dir läuft bei dir Max man ich äh so ich weiß nur nicht wo ich die ganz Ossi in welche Kiste soll ich die ganzen Blöcke schmeißen in welche Kiste ja das weiß ich nicht oh fuck jetzt schmeiß die mir einfach ins Inventar obwohl nein wie viele hast du mitgebracht ganz viele ein Moment Max man ich habe hier ganz kurz ein paar Probleme du kannst ja kurz noch unsere Zuschauer unterhalten äh ja ich haut sie einfach in die Kiste rein hallo Kiste du bist jetzt eine Marvel Stone Kiste ja ich glaube hier habe ich was anderes gedacht aber jetzt gibt sie dafür Ossi hat gerade wieder ein paar technische Probleme das kennen wir ja nicht anders von ihm Hashtag Ossi ist Ossi was ein lustiger Hashtag ich weiß und ähm ich mache gerade mein Inventar Aufräumung äh das muss ich nochmal an jetzt kann ich ja gar nicht anziehen das ist ja die Sachen für die Quantum Rüstung wir sind gerade auf die Query da Query Pumpe äh bin ich bei Feed the Beast gerade rausgeflogen ähm nein ne ne nein nein ok gut danke gut weil irgendwie ach keine Ahnung ich hatte ja gerade einige Schwierigkeiten ähm ich brauche nochmal Erde Ossi haben wir Erde wir haben Erde ja ich suche Erde ja wir haben Erde ah da ist Erde hier ist überall Erde genug eigentlich ähm wo hast du es nochmal das Marble reingepackt äh in die erste Kiste unten ach in die erste ja ich wollte unten eh nochmal irgendwie so eine Art einheitliches Lager machen oh danke zwei Stacks reichen mehr so was soll ich jetzt machen ähm du kannst mir mal helfen irgendwo lag hier in unserer in unserem Project Table da lag eine Eisenkiste rum kannst du mir die vielleicht mal bringen es sei denn irgendwie du brauchst die selber für irgendein Projekt aber ich glaube eher nicht oder nö ich muss mit Usa einfach mal eine Kiste machen und ein eigenes Haus bauen aber hä du hast du hast sowohl Kisten als auch einen Plan für ein eigenes Haus Ossi ja danke danke sehr so ich überlege was ich jetzt mache hm Maxman Maxman was wird Maxman jetzt machen ähm es wäre cool wenn du Basalt abbauen könntest oh mein Gott das ist die spannendste Aufgabe die man während eines Videos oder oder du bringst mir Wasser das kannst du auch machen wie viel Wasser? äh zwei Eimer voll oder ich glaube ein Eimer reicht schon brauchst du Lava Eimer? ich brauch nö erstmal nicht wir haben zu viel Lava Eimer du ziehst an mich Lava Eimer wegschmeißen ach nö brauchen wir also ich weiß jetzt nicht ob wir Lava Eimer jetzt dringend brauchen oder so aber das ist Zauberzeug du bist Zauberzeug ähm ja gut ach sie über was Thema wollen wir heute reden was Thema heute rei alter über was Thema wir heute reden wollen ich weiß es ganz nicht ich meine es ist gar nicht über welches Thema wollen wir heute reden? ähm mein Gott ich hatte warum wollte ich gerade anfangen wie wäre es denn mit hm Vergewaltigung nein ja okay Vergewaltigung ist auch ein schönes oh nein nein Maxman da reden wir jetzt nicht schade was naja genau Eimer boah ja danke das ist echt lieb Krasias Mucac ne das hättest du nicht voll machen müssen oh ja das Problem ist mein mein Camtasia ist gerade der Meinung sich mal zu öffnen ne ich will das jetzt nicht gleich produzieren geh doch weg ich bin doch mitten in einer Aufnahme richtig die Fail Folge ich will einfach hier mal ein Loch in Aussies ran bauen ne hör mal auf vielleicht kommen hier später irgendwie noch äh ein unterirdischer Dingens Dongens ich baue Aussie ab ich baue Aussie ab ich baue Aussie ab nein ich baue Aussie ab ich baue Aussie ab geh jetzt weg alter du nervst sie nerven mich das war ein lustiger Insider ähm äh war ich nicht was was hast du jetzt schon wieder achso ja und die Kühe vermehren wär auch cool vermehren die männlichen Kühe machen jetzt welche Weitigerung mit den weiblichen Kühen ja genau so so hätte ich schöner hätt ich das auch nicht äh ausdrücken können ich hab das Gefühl dass du mich gerade verarscht na nein das ist Quatsch wir sollten ja ich dachte du hättest jetzt sowas gesagt wie wir sollten einen Beauty Channel aufmachen ja insbesondere wir beiden oder wir sollten also das ist so ne wir machen denn so voll krass Hashtag Yono mäßig ähm wir gründen deine Firma und da in dieser Firma verkaufen wir Tabletten ok und diese Tabletten sind Ersatzstoffe für nicht wichtige Produkte im Körper zum Beispiel Salz ich weiß auch nicht man ich erzaubere mir gerade einen Zaubertisch echt? ich will sehen it's a kind of magic warte willst du noch was krasses sehen? ja ja Moment das braucht nämlich ein bisschen Vorbereitungszeit ich muss nämlich erstmal überlegen wo ich den hinbaue weißt du was? guck mal hier warte am Ende wo hab ich denn meine Scribentools auch hier? und siehste? pam research table dann kannst du ein bisschen researchen und hier hab ich noch einen kleinen Zaubertable wakuos was ist ein wakuos? was denn? wakuos das ist ein äh äh eine Eigenschaft ein Element würd ich auch haben hä wo ist denn mein ganzes Papier hin? das hab ich gegessen weil ich Hunger hatte kannst du mir das mal wieder bringen? warte wenn ich das jetzt auf der Toilette war Papier fehlt mir echt hier unten ich weiß nicht wo der Papier ist ja ja das ist schrecklich wo ist das Papier hin? das Papier? ja weiß ich das ist weg es regnet es regnet es regnet Maxman was machst du da schon wieder? es regnet Maxman es regnet Maxman bellt sich wieder wie ein kleiner Junge wo ist das hier? was ist da? es hat geregnet ich weiß was soll ich jetzt kabelst du äh Basaltdingsfarm ach da muss ich mir Papier reinlegen äh Basalt Basalt ja Basalt wär krass Basalt wär schon echt krass weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Basalt oh man ich muss über irgendein Thema reden Ossi schlag doch mal ein Thema vor äh es ist komplizierte Themen vorzuschlagen weil ich weiß ja auch nicht genau Themen vorzuschlagen nicht wir haben geredet über Playstation 4 oder Xbox One wir haben schon so viel geredet aber wir können ja sagen Maxman er hat jetzt Lan ein Playstation 4 ich nicht ich bin nämlich zu arm dafür ja ja nein nein ich schwöre war voll geschenkt von Mutter äh Maxman das ist eine Playstation 4 und die werden wir morgen nochmal ausgeben ich werde von ihren Test hin und so weit her damit ich mich dann nochmal mit der Materie vertraut mache und so bla 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 und so weiter müssen wir mal schauen wie das alles so mitklingt blablabla das wird ziemlich episch wo brauche ich denn hier meine Kessel hin hier am besten Ossi gibt's Basalt eigentlich wirklich? ja natürlich gibt's Basalt wirklich was machst du denn? wo habe ich denn hier das ganze Nether Zeug hingepackt? Nether Rack und so ich glaube ja dass wenn man ganz viel lange Weile hat dass ganz viel Scheiß dabei entsteht das glaubst du nicht nur? das ich glaube das weißt du ja stopp Maxman ich habe mein Feuerzeug verloren welches? was? ich habe in Minecraft immer nur ein Feuerzeug gehabt ja dann mein Freund warte Moment du hast ein Feuerzeug in allen Projekten gehabt nein aber in dem hier ja jetzt muss ich mir ein neues Craft das habe ich gegessen jetzt muss ich mir ein neues Craft oh Ossi traurig Ossi weint na toll ich habe es geschafft Mann alter das pisst mich grad ein kleines bisschen an ähm wollen wir nochmal Flintstones? hier ein davon mach dir doch mal ein anderes Feuerzeug also Streichhölzer ja würde ich sogar ein bisschen cooler finden so Flintstones ich kann sogar ein Feuerzauber machen oder so Feuerzauber? ja ich kann ein Feuerzauberstart machen ja und damit kannst du denn alles anzünden aber da kriege ich die Research nicht hin die habe ich doch schon mehrmals verkackt kann das nicht sein? nein echt nicht? nein ich habe das gedacht in der Herbst das war in der vorletzten Folge alter dann bin ich doch jetzt nicht mehr hab ich mal eine halbe Stunde ich weiß jetzt nicht mehr was ich hier in der Folge gemacht habe ich weiß auch nicht was du gerade machst so ok oh geil Leute meine Zauberstube ist wieder fertig also zumindest einigermaßen die wird dann natürlich noch schöner kommen Regale hin und dies und das hier ist mein neuer Research Table und zur Feier des Tages das ist der Stahl vom Todesstern wo bist du eigentlich gerade alter? ich bin grad auf dem Weg nach Hause ah cool dann sag mal bitte wenn du nach zuhause ankommst nein Fahrrad Achterbahn uuuuuh animus 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 ich spiele auch die Assassin's Creed na geil ne ne das Element heißt animus natürlich das heißt das Element animus und animus ist auf Soulcent drauf du bist auf Soulcent drauf wir müssen mal irgendwann ganz viel Soulcent farmen weil das braucht für animus ich hab Basalt mitgebracht ok wo bist du? Max man willst du dir meine Research angucken? nein da 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 komm mal her du nimmst ja grad auf oh klick mal auf den Ding ich hab meinen Jetpack oben vergessen ich geb dir gleich meins ich geb dir gleich meins sieht krass aus oder? warte jetzt nehm ich den mal raus pam jetzt hab ich nämlich den krassen Furnace zack das ist nämlich dieser mega fette Zauberofen ich wollt grad sagen wo ist mein Taumanomicon? hier ich werd's auch haben Taumanomicon musst du dir craften ok also dafür brauchen wir ganz viel Obsidian ganz viel Zeug ganz viel Nether Bricks und so weiter ok warte hier mein Jetpack wirf's mir dann einfach unter wenn du wirf's mir dann einfach unter wenn du hochgeflogen bist ne danke ok wollen wir schlafen? wise schlafen und bänden denk ich mal die Folge oder? ja gut erst Folge bänden oder erst schlafen? wie äh Erst schlafen Hihihi Aussi streck das let's play nuances Aussi streck das let's play wait a moment ein A FK ok ja ah meine Mutter ist auch A gut liebe Freunde Nu Ja, gut. Ich würde sagen, das war's mit der Folge, wie was sie schon angedeutet hat. Und auf Wiedersehen. So, okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.